Okay, jetzt kommen wir zur klassischen Logik, nachdem wir die intuitionistische Logik angeschaut haben. Ja, die klassische Logik geht jetzt noch einen Schritt weiter. Wir fordern, dass jede Formel stabil ist. Aber das schauen wir uns jetzt gleich genauer an, wenn ich eine Definition gleich hinschreibe. Was wir wieder brauchen, ist natürlich eine Fallzum. Also eine Definition. Gegeben sei ein Alphabet, wenn wir es an, mit Fallzum. Ich werde jetzt nicht immer, wie ich auch bei intuitionistischer Logik ja nicht gemacht habe, nicht immer explizit hinschreiben, also die Abhängigkeit vom Alphabet explizit klar machen, so muss man es sagen. Aber das ist jetzt halt fixiert und alles, was wir machen, hängt natürlich immer vom Alphabet ab. So, zu jedem endstelligen Relationssymbol, also n ist irgendeine beliebige natürliche Zahl, also eben n. Na, schauen wir uns in die nächste Zeile. Und da kann ich das hier, machen wir es mal ja, doch noch da hin, ich glaube, das passt schon hin. N, ja, passt, Relationssymbol. Holen dann mal jetzt einfach R, also aus unserem Alphabet natürlich. Na, definieren wir jetzt so, wie wir vorher eben das mit dem intuitionistischen, also mit dem EFU definiert haben, definieren wir jetzt die Stabilität, also Stab von R. Und das sagt halt aus. Alle, ja, das war jetzt n-stellig, also schauen wir hier in x1 bis xn. Das sind tolle Punkte. Nicht-nicht-r, man sollte jetzt eine neue Zeile anführen können, aber gut, impliziert, also nicht-nicht-r von x1 bis xn impliziert x1, äh, r x1 bis xn. Das heißt, also im Grunde sagt man, eine Formel ist stabil, wenn sie das erfüllt, also anstelle von diesem R x1 bis xn dann die Formel steht. Aber, ähm, hier wollen wir das wieder nur für die Relationssymbole haben. Und wir werden jetzt gleich sehen, da kommen wir wieder ähnlich wie bei der intuitionistischen Logik was herleiten. Also, wir setzen dann wieder, also die Menge Stab, ich stehe einfach aus dem ganzen Formeln Stab, R, ja, sodass eben das so ein endstelliges Relationssymbol ist, das R, also kann auch 0. Stellig sein, schreibe ich hier mal explizit dazu. Und natürlich fordern wir wieder, wenn wir es nicht brauchen, das gleitet sich von selber her. Also Stab, Falsung gilt einfach immer. So, also wir haben jetzt das da. Ja, und, äh, dann kann man das wieder analog zu dem, was wir vorher schon hatten, also bei der intuitionistischen Logik definieren. Also wir sagen, Dann A ist klassisch herleitbar. Klassisch herleitbar. Aus Gamma. Weil Gamma heute eine Formelmenge ist. Und schreiben dann. Leitet klassisch her. Ja, für. Gamma vereinigt mit Stab. Leitet A her. So einfach. Ja, und außerdem. Schreiben wir dann halt einfach nur. A ist klassisch herleitbar für. Stoppleite A her. Okay. Gut. Hm, wir vielleicht noch klar machen, das schaut eher aus wie ein T. So, also für. Stoppleite A her. Gut. Das sind, ist die Definition zur klassischen Logik hier. Und dazu machen wir jetzt gleich ein schönes Lemma. Also wir machen jetzt nicht gleich das Lemma, das besagt, dass man das dann für beliebige Formeln fordern kann. Das gilt auch nur eingeschränkt, das werden wir eben gleich sehen. So, und davor machen wir noch ein paar andere Lemmas. Lemma ta. Da haben wir hin, Lemma. Also und zwar folgende Formeln sind herleitbar. Und das brauchen wir jetzt nämlich auch gleich. Und das heißt jetzt auch nicht klassisch herleitbar, sondern sind einfach herleitbar folgende Aussagen. Naja, dann machen wir das Formeln. Formeln. Sind herleitbar. Hm. Also einerseits, wo, ähm, hier folgt praktisch aus der Stabilität schon das Exfalso, also nicht nicht A, wobei auch natürlich wieder eine beliebige Formel sein kann. Also nicht nicht A, impliziert A, impliziert schon, dass das Exfalso für A gilt. Das hier. Genau. Das ist natürlich wichtig. Also die Stabilität ist echt stärker als das Exfalso. Also Exfalso werden wir meistens fordern, einfach weil das irgendeine Bedeutung des Falso mal braucht, während die Stabilität schon was Besonderes ist. So, das Zweite ist, dass Verneinungen, also verneinte Formeln immer stabil sind. Das heißt, wenn ich drei Falso umsabe, also nicht 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 A, das impliziert dann bereits nicht A. Und das ist schon ohne irgendwas herleitbar, also ohne klassische Argumentation. So, drittens, ja, das ist jetzt eben der Unterschied, äh, diese beiden, die ich jetzt hinschreibe. Wir haben einerseits, ja, diesen, dieses Oder hier, also das starke Oder und wir haben das schwache Oder. Ja, ja, und wir hatten schon das starke Oder impliziert das schwache Oder. Ja. Andersrum gilt es eigentlich nicht, aber wenn ich hierhin jetzt doppelt verneine das starke Oder, dann gilt es ja sogar Äquivalenz. Und das gleiche ist auch für den starken Existenzquantor, wenn ich doppelt, den starken Existenzquantor verneine ist der Äquivalent zu dem schwachen Existenzquantor. Okay, ja, das ist jetzt wichtig, das werden wir nämlich gleich sehen, denn später werden wir sagen, dass wir aus der Stabilität, also aus Stab, die Stabilität jeder Formel herleiten können, wenn kein starkes Oder und kein starker Existenzquantor vorkommt. Für den starken Existenzquantor gilt das einfach nicht, aber das werden wir gleich sehen. Ja, dann beweist man das mal an. Dazu gehen wir natürlich einfach die Herleitungen an. Ja, und das würde ich jetzt auch sagen, also für 1 und 2 ist das ziemlich leicht, deswegen schreibe ich mal hin, 1 und 2 sind, naja, nicht 3, nochmal 1 und 2 sind Übung. Gehen wir mal mit 3 weiter, also kann man sich wirklich leicht überlegen, also was dauert. Schauen wir mal kurz, ja, was ist denn hier? Also, ich nehme, also dass das hier das A erfüllt, also ja, ich nehme das Fallsum an, das darf ich hier haben. Wenn ich das Fallsum habe, dann binde ich nicht A ab, dann kriege ich nicht nicht A, dann sagt mir nicht nicht A impliziert A. Ja, ja, und dann habe ich auch. Gut, also so, das wäre das Erste, und das Zweite kann man sich auch leicht überlegen. Gut, machen wir mal das Dritte. Das ist ein bisschen komplizierter. Also wir schreiben jetzt, wir müssen ja hier zwei Richtungen zeigen, also, erste Richtung machen wir mal zunächst die da, also da ist zu zeigen, das folgendes herleitbar ist, ich schreibe es jetzt ein bisschen aus, also das übernehmen wir auch, das nicht, nicht A oder B, okay. Und dann eben diese schwache oder lässt sich ja schreiben als nicht A, äh, nicht, nicht A und nicht B, also A und nicht B impliziert, falls so, schreibe ich das so hin. Also, wir wollen am Ende ja ein, ja, machen wir uns mal hier noch ein bisschen Platz, wir wollen am Ende ja eine Herleitung vom Fallsum haben, ja, und dürfen diese zwei Annahmen hier verwenden. Gut. Also, wie kriege ich eine Herleitung vom Fallsum? Das ist ja schon die Frage. Okay, naja, das Einzige, wo ich jetzt sehe, dass ich eine Herleitung vom Fallsum kriegen könnte, wäre ja hier. Dann brauche ich einmal, aha, einmal eine Herleitung von nicht A oder B. Weil dann kriege ich zusammen mit dem, nennen wir das mal V oder so, mit dem, äh, nicht, nicht A oder B, ja, stehe ich dann das Fallsum, ne. So, außerdem dürfen wir ja nicht A und nicht B verwenden, also nicht A, nicht A und nicht B, beides dürfen wir verwenden. Also, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Also, wie kriegen wir jetzt eine Herleitung von nicht A oder B? Naja, das kriegen wir dadurch, dass ich eine Herleitung vom Fallsum habe und dann irgendwie was abgebunden habe. Also, nennen wir das mal, äh, ja, ich habe sie U5 bezeichnet bei mir, also nennen wir es mal U5. Also, und dieses U5 hat eben den Typ oder die Formel A oder B. So, das dürfen wir jetzt verwenden. Ja, wie kriege ich jetzt das Fallsum? Ich will ja A oder B verwenden, also könnte ich jetzt sagen, ich brauche einmal das Fallsum, oder einmal das Fallsum unter der Annahme A, also hier mache ich ja eine U, oder werde ich kann ja hier A oder B einschreiben. Das wäre das U5 hier, das ich dann schon abgebunden habe. Also, einmal darf ich A verwenden und einmal darf ich B verwenden. Das heißt hier, das wäre einmal nenn mal das U1 und einmal, also U1 hat jetzt einfach mal den Typ A und U2, äh, U3 hat den Typ B. Also, die zwei Sachen darf ich verwenden. Hier darf ich jetzt das A verwenden. Naja, ich habe einmal das A und ich darf ja hier noch nicht A verwenden. Das heißt, also U1 haben wir jetzt A gehabt. Ja, das muss hier stehen. U1 A und dann, ja, das nehmen wir jetzt mal U2 dann. wäre dann nicht A, ne? So, gut. Das U1 hat sich hier schon abgebunden. Ja, und das nicht A, das binden wir dann hier unten ab, gell? Das ist dann, wenn ich B sag, ähm, da habe ich hier, darf ich ja verwenden, nicht A und nicht B, ne? So, dann kriege ich wieder das Falsam und da macht da eine und Elimination und das einmal mit dem U2 und dann, das andere nehmen wir dann U4 und das U4 wird dann wahrscheinlich nicht B sein, nicht wahr? So. Ja, genau, und hier kriege ich es ja eben genauso hin. Da habe ich einmal nicht B, das ist dann das U4 und dann habe ich B, das ist das U3. Ja, und dann habe ich schon. Ja, dann müsste man jetzt hier noch die Einführung machen, aber das lasse ich jetzt mal so weit. Ja. Also, das wäre jetzt eine Herleitung von dieser Formel hier, wenn man dann noch diese zwei Annahmen hier einführt. Dann ist man fertig. Ja, jetzt müssen wir die andere Richtung machen. Bei der anderen Richtung ist zu zeigen, wenn ich schwach habe, also A oder B schwach und ich habe nicht A oder B im starken Sinne, dann geht das nicht. Dann kriege ich Falsam aus. Also hier habe ich jetzt auch wieder den letzten Nicht-Fal, hier als impliziert Falsam ausgeschrieben. Ja, warum mache ich das? Weil dann kann man wieder von unten her schön arbeiten. Ich will irgendwie das Falsam kriegen. Darf hier diese beiden Sachen hier verwenden. Ja, da gut, ich könnte jetzt um das Falsam zu kriegen das hier verwenden oder das hier. Da müssen wir rumprobieren. Also, es stellt sich dann raus. Das ist wohl am sinnvollsten, weil wenn ich jetzt das hier übrigens ausschreibe, also A oder Nicht-B, das ist ja einfach das gleiche wie Nicht-A und Nicht-B. Und ja, dann nehmen wir halt hier einmal, nehmen wir das mal V oder so, das Schwache oder, also dieses A oder Schwach-B. Genau. Und dann habe ich nur noch eine Herleitung von Nicht-A und Nicht-B. Wenn ich dann eine Herleitung von Nicht-A und Nicht-B habe, dann bin ich fertig. Gut, wie kriege ich eine Herleitung von Nicht-A und Nicht-B? Ja, da brauche ich eine Herleitung von Nicht-A und ich brauche eine Herleitung von Nicht-B. Ja. Kriege ich eine Herleitung von Nicht-A und da brauche ich eine Herleitung von Falsam und darf hier, nehmen wir das mal U1, irgendwie die Annahme A verwenden. Ja. Gut, und dann haben wir es ja eigentlich schon, denn wenn ich die Annahme A verwenden darf, also das war das U1, dann habe ich ja auch A oder B. Und jetzt habe ich aber hier gegeben, das nenne ich jetzt mal W, Nicht-A oder B. Das habe ich jetzt auch wieder schön hingeschrieben. Also, wieder abgepumpt, Nicht-A oder B. Ja, und dann bin ich ja fertig. Hier wurde übrigens das U1 schon abgebunden, und dann soll man hier so eine Klammer drum machen. und beim anderen ist es jetzt, also bei Nicht-B ist es ja genauso. Wir haben eine Herleitung von Falsam, unter der Annahme, die nennen wir jetzt U2, oder? Ja, U2. Hier konnte man auch noch ein Plus machen. Gut. Also unter der Annahme U2 wurden ja vom Typ B dann. So, und das kriege ich eben genauso. Das nennen wir auch wieder B, diese Annahme, ja, und hier habe ich eben U2 B. Das wurde ja schon abgebunden. So, und dann haben wir es auch schon. Also dann, ja, da kann man das noch einführen, aber das sparen wir uns. Genau. Und jetzt haben wir eigentlich noch diese andere Formel hier. Also, wenn wir nochmal raufgehen, zu zeigen, und zwar, es existiert xA, ist äquivalent zu, ähm, es existiert, äh, nicht, nicht, es existiert xA, es existiert schwach ein xA. Ja, und das werde ich jetzt auch wieder als Übung überlassen, denn, das ist praktisch analog zu dem, was wir jetzt gerade gemacht haben, weil, man kann sich das so vorstellen, und das passt eigentlich sehr gut, der, so ein, es existiert, xA, oder so ein Existenzquant, ist ja nichts anderes, wie eine, ähm, ja, unendliche Disjunktion, also es ist eine Disjunktion mit, ja, so viele x es halt gibt, so viele mögliche x ich habe, ähm, dann schreibe ich halt immer, das in die Disjunktion rein, und das sieht dann wirklich komplett ähnlich aus, dann steht hier der Existenzquantor, da, also wenn wir das, uns mal hier überlegen, ja, vielleicht mache ich das kurz, schauen wir mal, also, mal hier mit einer roten Farbe drüber, wenn ich jetzt eben, das mit der Existenzformel herleiten, dann müsste ich ja hier, ähm, ja, hier steht jetzt ein Und, aber das Und würde dann einfach nur durch ein All, durch eine All-Einführung, also das hier wäre dann eine All-Einführung, von dem x, und dann müsste ich aufpassen, dass das x hier nicht frei vorkommt, ähm, so, das, äh, da oben, da stünde ja dann einfach nur nicht, a oder b wäre dann nicht, das existiert x a, genau, hier würde dann eben nicht, nicht, das existiert x a stehen, äh, ja, und das braucht, und ja, wie kriege ich das da, dann würde ich hier eben, das existiert x a haben, anstelle von dem, ja, und jetzt gehen wir darüber, dann haben wir hier eine Ode-Einführung, das wäre dann hier eine Existenz-Einführung, von das existiert x a, ja, soweit klar, so, dann, ähm, den Teil können wir uns hier wegdenken, sind wir noch bei dem Teil hier, also ich würde hier eine Existenz-Einführung, das existiert x, äh, es existiert, äh, Elimination machen von dem x, und die a, und das u1, also das a da abbinden, so, und dann haben wir hier das nicht a, und das nicht a kriege ich ja dadurch, naja, ähm, ich habe ja eigentlich auch noch gegeben, das für alle x nicht a, ja, jetzt für alle x nicht a machen, und dann x hinschreiben, dann hätte ich hier, ähm, so ist es zu weit, das ist nah dran, so, das wäre dann, in allerer Name, aber gut, so, ich weiß nicht, ob man es versteht, aber es ist jetzt, ich will das jetzt sowieso eigentlich, aber hier sollte man mal sehen, dass der Existenz-Quantum und die Disjunktion eigentlich ziemlich identisch sind, ich habe eben beim Existenz-Quantum, praktisch eine endliche Disjunktion, wobei, was heißt unendlich, also es kann natürlich auch sein, dass es nur zwei mögliche x gibt, also 0 und 1 zum Beispiel, und dann habe ich wieder komplett die Disjunktion, es kann auch sein, dass es nur ein x oder gar kein x gibt, also so gesehen kann man den Existenz-Quantum als eine Verallgemeinerung von der Disjunktion sehen, gut, soweit so gut, also wir haben jetzt, dass diese Formeln hier, alle herleitbar sind, und deswegen werden wir jetzt nur noch, also insbesondere wegen 3 und 4, werden wir jetzt nur noch die Formeln, eine Formel betrachten, ohne diese starke Disjunktion, den starken Existenz-Quantum, dafür werden wir jetzt dieses allgemeine Lemma hier beweisen, auch noch wichtig, also Lemma, das ist jetzt das Lemma, das dazu, zu dem Lemma, das wir schon bei der intuitionistischen Logik hatten, korrespondiert, also, sei A, eine Formel, und hier eben wichtig, ohne Existenz- und Disjunktion, also stark jeweils, dann gilt, dass klassisch herleitbar ist, dass diese Formel stabil ist, ja, und das beweisen wir natürlich durch Induktion über den Formelaufbau, wir müssen jetzt eben diese zwei Fälle hier, also Existenz und Disjunktion nicht betrachten, wer weiß, also Induktion über Formelaufbau, ja, der erste Fall wäre, also, ist A gleich ein aufgefülltes Relationssymbol, ja, dann folgt, folgt im Fall, also, das erste Mal der Fall, natürlich, dass das jetzt ungleichfallsum ist, also, ja, ungleichfallsum, alles, nach, ja, ich muss ja nichts anderes machen, ich habe jetzt hier, ich habe ja dieses Stab, R, das ist ja eben genau, für alle X-Vektor, nicht, nicht, Rx-Vektor, pliziert Rx-Vektor, ja, und da muss ich ja nichts anderes machen, wie hier diese S-Vektors hier ersetzen, und dann kriege ich ja genau, ja, dann kriege ich das hin, dann muss ich es wieder weg, das wollte ich nicht, also, ich muss hier nichts anderes machen, schreibe einfach hin, vor allem, alles, sofort, durch, allbeseitigung, gut, ja, für, ja, gleichfallsum, ja, da hat man ja dann folgende Formel, wenn man es ganz genau nimmt, ein bisschen hier geklammert, und hier geklammert, und dann nochmal impliziert, fallsum, ja, das ist offensichtlich herleitbar, denn, fallsum impliziert, fallsum ist herleitbar, das heißt, aus dieser Aussage hier, kriege ich dann einfach nur das Falsum, und dann steht hier, fallsum, offenbar herleitbar, oder offensichtlich herleitbar, gut, ja, interessanter ist jetzt der Schrittfall, natürlich, also machen wir den einen, also sei, das gleiche, oder auch gleich eine Konjunktion, gut, also, was machen wir bei der Konjunktion, da reicht es ja dann zu zeigen, dass, wenn ich weiß, dass die beiden, ja, die beiden Formeln, B und C, stabil sind, dass dann eben auch die Konjunktion stabil sind, so, nun, dass die stabil sind, also, dass B stabil ist, und C stabil ist, haben wir ja schon nach Induktionshypothese, also wegen der Induktionshypothese, reicht, und zeigen, dass, also, dass wir eben folgendes herleiten können, nicht, nicht, B, impliziert, B, impliziert, nicht, nicht, C, impliziert, C, impliziert, ja, da brauchen wir eigentlich keine Klammern, wenn ich nicht, nicht, jetzt brauchen wir Klammern, B und C habe, dann habe ich schon, B und C, gut, das muss gelten, dann machen wir das, so, ja, also, ich will am Ende hier, B und C herleiten, das geht natürlich nur dadurch, dass ich einmal, B herleite, und einmal C, jetzt schauen wir uns das mal für B an, für C wird es wahrscheinlich analog gehen, so, gut, wie kriege ich B her, ja, B kriege ich dadurch her, dass ich einmal nicht, nicht B herleite, und dann eben, diese, die Stabilität von B verwende, und das nehmen wir mal vor, jetzt, so, ja, nicht, nicht, B leite ich dadurch her, oder, das ist mir zu schief, nicht, nicht, B leite ich dadurch her, naja, dass, ich das Falsum herleite, unter der A-Norme, die nennen wir jetzt mal U1, einfach nicht B, ja, gut, wie leiten wir das Falsum her, das können wir jetzt ja dadurch herleiten, dass ich sage, ich habe einerseits jetzt nicht, also ich habe die Annahme nicht, nicht B und C, die nenne ich jetzt mal, V2 oder so, also ich habe die Annahme nicht, B und nicht C, und dann, naja, ich sollte mir wirklich ein neues Touchpad zulegen, wenn das gut ist, so, und dann muss, ich brauche jetzt eine Herleitung von nicht, B und C, so, ja, und das kriege ich ja schon, weil ich weiß, dass nicht B gilt, also dann bin ich ja schon fertig, ich weiß nicht, wie gilt, das muss, genau nicht, ja, nicht C, ja, also das kann man dann dadurch herleiten, ja, angenommen, es gilt, also, gut, ich muss das Falsum herleiten, unter der A-Norme, B und C, ähm, kühe ich ja schon daraus her, ich habe, also gut, hier müssen wir noch Pfeileinführung machen, also, der A-Norme, B und C, das nennen wir mal U2, 2, also B und C, und hier machen wir dann gleich eine, und Beseitigung, weil ich kann das Falsum herleiten, aus, nicht B, was meine U1 ist, was ich schon abgebunden habe, und meine, um B, was ich dann, jetzt mal U3 nennen, so, dann will ich hier irgendwie U3, und, nennen wir das mal U4 oder so ab, so, also das ist jetzt das für das B, das B und C, das habe ich hier abgebunden, dann können wir auch noch älge Klammern rum, V1 und V2, das sind Anormen, die hier in der Prämisse stehen, das heißt, die bündet man dann am Ende ab, genau, und bei dem C hier, das schreibe ich jetzt einfach mal hier in analog hin, also, das geht ja komplett analog, ich ersetze hier nur das, ja, wie durch C, also, mehr mache ich ja nicht, gut, U2 sollte ich übrigens das hier nicht nennen, das ist nochmal um U4, weil U2 ist ja schon vergegen, gut, also, das geht hier komplett analog, kann man gerne als Übung verergänzen, oder mir einfach glauben, oder so verzählen, je nachdem, ja gut, dann schauen wir weiter, also, wir haben jetzt das hier gezeigt, dass das hier ein Leipel ist, und haben damit den Fall von der Konjunktion gemacht, als nächstes nehmen wir als nächsten Fall die Implikation, also sei A einfach B impliziert C, ja, dann reicht es hier wieder zu zeigen, ja, wir dürfen annehmen, dass B stabil ist, wir dürfen annehmen, dass C stabil ist, für unsere Fall reicht sogar, dass C stabil ist, also es reicht, wegen der Induktionshypothese, zeigen, dass folgendes Jahr leitbar ist, also, wenn ich schon habe, dass C stabil ist, dann, also, also, ich mache ja nur, dass C stabil ist, dann folgt bereits aus, nicht, nicht, B impliziert C, auch, B impliziert C, gut, ja, gut, also, wir wollen hier also am Ende C herleiten, also, hier schon noch gilt, nochmal einen Doppelpunkt, das leiten wir jetzt hier, wir wollen also am Ende C herleiten, ja, das kriegen wir eben ganz einfach dadurch, dass wir nicht, nicht C herleiten, und, dann hier diese Annahme verwenden, wenn wir die mal B, also nicht, nicht C, und, also nicht, nicht C impliziert C, das war die Annahme, wir leiten also nicht, nicht C her, das passiert dadurch, dass wir das Fall zum herleiten, unter der zusätzlichen Annahme, nicht C, ja, gut, da, das Fall zum können wir ja wahrscheinlich dadurch herleiten, dass wir das hier jetzt verwenden, also, dass wir jetzt nicht, nicht, B impliziert C, verwenden, das nehmen wir mal V, und dann eben B impliziert C, ja, genau, und das kriege ich dadurch raus, also B, nicht B impliziert C, kriege ich ja dadurch raus, dass ich das Fall zum herleite, unter der zusätzlichen Annahme, nennen wir das U2, bei B impliziert C, ja, gut, dann überlegen wir uns das mal, also ich will, das Fall zum herleiten, und habe gegeben, B impliziert C, ich habe nicht C gegeben, und ich habe B gegeben, naja, wenn B gilt, dann gilt ja auch C, und dann kriege ich schon das Fall zum mit nicht C, ja, also, ich kann C herleiten, aus U2, da weiß ich ja B impliziert C, nicht B plus C, sondern B impliziert C, und B, und B ist ja eine der weiteren Annahmen, nennen wir das mal W-Schlange oder so, dann B, so, das haben wir schon abgebunden, genau, da haben wir C, und wir haben ja andererseits das U1 von nicht C, das jetzt auch schon da abgebunden ist, und dann noch mal das Fall zum, so, und dann kann man das so wieder einführen, und ist fertig, das war der Implikationsfall, und jetzt brauchen wir nur noch den Al-Quantafall, dann machen wir das, also, sei nun, A gleich für alle XB, so, nach Induktionshypothese gibt es eine Herleitung, genau davon, dass dieses B hier stabil ist, da ist noch, da ist noch, da ist noch, in der Inputionshypothese haben wir eine Herleitung, nennen wir das M, von B-Implizit, also von nicht nicht B-Implizit, B aus der Stabilität, also das heißt nicht mit der anderen Formel, aber aus der Stabilität, das heißt die anderen Menge ist eine Teilmenge von der Stabilität, so, genau, wir zeigen, klassisch herleitbar, dass diese Formel hier stabil ist, gut, wie macht man das, naja, am Ende muss für alle XB stehen, und da muss man halt irgendwie jetzt eine All-Einführung machen, und dann muss ich dann B, also ich muss jetzt B herleiten, und muss jetzt dann nachher noch die Variablenbedingungen überprüfen, gut, naja, wie kriege ich B her, ja, da wissen wir ja schon, das ist stabil, das einzige Möglichkeit, dass man B herkriegen ist, dass ich eben hier nicht nicht, nicht B-Implizit B verwende, da habe ich jetzt die Induktionshypothese M, das darf ich jetzt verwenden, also, da bleibt eben ein Klassisch drin, da muss ich nicht nicht B herleiten, ja, gut, nicht nicht B kriege ich wieder ganz normal, dass ich das falsch herleite, und sage, dann muss ich halt eine U2, also muss ich irgendwie nicht B verwenden, um das falsch herzukriegen, gut, wir haben jetzt noch gegeben, nicht nicht für alle XB, das heißt, da werde ich wohl das jetzt verwenden müssen, und dann mal jetzt mal diese Annahme B, das nicht nicht für alle XB, und dann, um da das falsch herzukriegen, muss ich also für alle XB herleiten, gut, jetzt geht mir da oben wahrscheinlich der Platz aus, aber, dann pressen wir das mal hin, da muss ich das falsch herleiten, unter der Annahme, nennen wir die mal, U2, U1, für alle XB, ja, und das kriege ich dadurch, dass ich B herleite, und nicht B, und, genau, und jetzt ist mir hier der Platz ausgegangen, also hier oben steht dann natürlich, ist jetzt doof, äh, ja, also nicht B, was darf ich ja verwenden, das war mein U2, das binde ich ab, und das B ist für alle XB, und das, wenn ich das X darf, und das für alle XB, das war ja die Annahme, die habe ich hier U1, das war eine 1, so, gut, okay, so, waren wir es dann auch hergeleitet, jetzt müssen wir aber noch, also es ist eigentlich noch nicht ganz hergeleitet, wir müssen hier noch die Variablenbedingungen überprüfen, also, machen wir das mal, ist das erfüllt, ja, was haben wir hier noch, wir haben hier ja als freien Annahmen sicherlich, irgendwas aus der Stabilität, das kommt von dem M hier, okay, also, X ist aber nicht, nicht in den freien Variablen von der Stabilität, denn, da gibt es keine freien Variablen, das ist alles allquantifiziert, und die andere freie Annahme ist das W hier, also nicht, nicht für alle XB, ja, da ist ja eben genau das für alle X, also, ist das X schon weg, das heißt, das ist auch nicht, nicht für alle XB, gut, okay, dann wäre es das soweit, für die klassische Logik, also, man kann sich jetzt relativ schnell überlegen, warum wird, oder, ja, also, wir können uns mal zumindest teuristisch überlegen, warum wird es wohl nicht gehen für die Disjunktion, also, hier ist der Beweis mal abgeschlossen, warum geht es jetzt nicht für die Disjunktion, hätte ich ja A oder B, und das hätte ich gerne nicht, nicht A oder B impliziert A oder B, da habe ich jetzt folgendes Problem, diese Aussage hier, gibt mir eigentlich keine Information, die sagt nur, dass irgendwas nicht gilt, gibt mir keine Information, das heißt, das da würde mir nichts geben, in meiner Herleitung, ich darf irgendwie nicht für, nicht A oder B annehmen, und muss da erst das Falsum herleiten, okay, aber, ich muss am Ende, A oder B herleiten, und da ist die Information, in dem A oder B ist die Information versteckt, dass, entweder A gilt oder B, also ist die Information versteckt, wann gilt A oder B, das kann man sich ja hier überlegen, noch besser, hier kommt zwar das A oder B vor, aber das wäre ja äquivalent zu, nicht A und B gilt, äh, nicht A und nicht B gilt nicht, A oder B, so, also ich habe hier eine, ein Informationsblock, der mir hier eine, ich sage mal, filigranere Information liefern soll, wann gilt A oder B, das sieht man aber beim Existenzquantum noch besser, da habe ich jetzt seit hier, das für, also das für alle X, nicht A gilt nicht, impliziert, es existiert X, A, also da haben wir ja gerade gezeigt, das ist äquivalent zu nicht, nicht, es existiert X, A, das ist äquivalent dazu, ja, das Problem ist hier wieder, ich habe hier eine, alle Aussagen, ein paar Verneinungen, und hier soll ich ein X angeben, und das macht man ja beim natürlichen Schließen, wenn ich es existiert X A haben will, dann schreibe ich, brauche ich, ne, das macht man eigentlich andersrum, dann brauche ich hier das T, ne, nehme ich dann das A von T, das heißt, ich muss dieses T hier angeben, und das kriege ich nicht aus dieser Formel aus, also jetzt mal rein juristisch betrachtet, kann das überhaupt nicht funktionieren, wir werden da aber noch hoffentlich zu Gegenmodellen kommen, wenn wir mal Modelltheorie machen, apropos, also wir wären jetzt nur so weit, als wir fertig mit dem natürlichen Schließen, und ja, der Plan ist, dass wir jetzt entweder, gleich mit Modelltheorie anfangen, vielleicht auch noch ein neues Kalkül betrachten, also irgendwas, was nicht das Kalkül von natürlichen Schließen ist, aber äquivalent dazu ist, ja, vielleicht machen wir dann auch noch die Baumodelle, oder so, also das werden wir dann noch schauen, das überlege ich mir noch, ich kriege am Montag ein Buch drüber, da wo ich noch reinschauen werde, damit da ich den suche, auf jeden Fall, wären wir hier jetzt mal fertig, mit dem natürlichen Schließen fürs Erste, und wir sehen dann noch weiter, hoffentlich bis bald.